Hans, hörst du mich? Hans, was ist passiert? Hans, die Verbindung ist unterbrochen. Hans, antworte doch! Sehen Sie doch selbst noch, was los ist. Sie können doch schwimmen, ich nicht. Geben Sie mir schnell einen Anzug und machen Sie mir eine Pressluftwasche fertig. Aber gern. Hallo Hans, Hans! Hört mich denn keiner da unten? Antworte doch! Hans, ich komme jetzt runter. Gute Reise. Wen soll ich denn grüßen? Peter oder Chagrin? Du Ars, du kommst nicht weit. Ich werfel war! Hey! Jetzt! Da ist er! Ich sag gleich, ich muss Ellen aufbringen!